Das Tesla Model 3 könnte zeitnah teurer werden, die Gründe liegen aber nicht bei Tesla, sondern bei der Europäischen Union. Außerdem blicken wir auf einen Meilenstein der 4680er Zellen, was das für den Cybertruck bedeutet, was für das Unternehmen Tesla und den Standort Deutschland. Auch das werden wir uns anschauen. Wenn du noch dabei bist oder noch nicht abonniert hast und nichts mehr verpassen möchtest, lass also gerne ein Abo da. Wir starten rein mit der Anti-Dumping-Untersuchung. Ich hatte bereits darüber berichtet, jetzt wird es noch detaillierter. Die Europäische Union möchte ja die eigene Wirtschaft schützen, also hat man sich überlegt, Sekunde mal, die Unternehmen in China haben ja einen Wettbewerbsvorteil und den wollen wir jetzt wegmachen, indem man die Zölle von 10% auf 15% erhöht. Was bedeutet das für Tesla? 190.000 Fahrzeuge pro Jahr oder in diesem Jahr erstmal noch sind aus China hierhin exportiert worden. Das ist ja weniger geworden durch die Model Y-Produktion in Grünheide, kann aber ganz schnell sehr teuer werden für Tesla, sollte Tesla betroffen sein. Und das ist nämlich das große Problem. Es ist nicht klar geregelt, welche Unternehmen betroffen sind. Gibt es Unternehmen, die Ausnahmen haben? Gibt es Unternehmen, die mehr betroffen sind? Wenn es rein um die Menge geht, ist noch laut eines deutschen Beraters die Einschätzung, dass Tesla am meisten betroffen sein wird, weil es kaum jemand anderen gibt dort draußen, der so viele Autos aus China nach Europa exportiert. Da lass auch gerne mal deine Meinung da, was du zu diesem ganzen Thema denkst, denn für Tesla wiederum würde das schätzungsweise einen Schaden pro Jahr von 500 Millionen Euro bedeuten. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wir wollen die Elektromobilität in Europa vorantreiben. Wollen wir sie weniger vorantreiben, dadurch, dass wir Unternehmen zwingen, dass sie in Europa tatsächlich produzieren? Dann gibt es den Fall, Tesla produziert bereits in Europa, hat sehr viel Geld in die Fabrik in Grünheide investiert. Wird das auch in dem Gesetz beachtet, dass man das macht, dass man hier Arbeitsplätze ja geschaffen hat? Im Vergleich zu einigen chinesischen Startups, die ja noch gar keine Fabrik hier haben, das sind genau diese Fragen, die jetzt alle kursieren, wo die EU-Kommission und auch die Untersuchung, die da durchgeführt wird, da müssen erstmal Dinge herauskristallisiert werden. Es besteht aber die Gefahr, dass eben halt Tesla auch betroffen sein wird. Das ist nämlich noch nicht verneint worden, dass Tesla hier durch die Produktion in Deutschland nicht betroffen ist. Ja, was macht jetzt Tesla? Sie haben natürlich mehrere Möglichkeiten, sie können die Preise erhöhen, das ist natürlich nicht gerade im Sinn des Erfinders, auch vor allem für Tesla nicht gerade die Lösung, um die Nachfrage anzukurbeln. Die andere Möglichkeit ist, sie verzichten auf 5% Marge, kann eigentlich auch nicht der Sinn sein, da bekommen sie dann den Druck der Investoren. Was also dann Tesla machen würde, wenn die Zölle steigen, das müssen wir mal abwarten, kann aber tatsächlich passieren, dass hier in den nächsten Monaten die EU etwas beschließt und das dann entsprechend ist in Kraft tritt. Ich würde euch empfehlen, also bevor entsprechend das passiert und wenn man sieht, dass es darauf hinausläuft, dass auch Tesla betroffen ist, dass man dann vielleicht noch versucht, ein Tesla-Modell, wenn es ein Tesla-Model 3 aus China ist, entsprechend zu bestellen, könnten wie gesagt die Preise steigen. Ist wie gesagt alles noch sehr offen, aber allein die Tatsache, dass darüber gesprochen wird, birgt für das Unternehmen Tesla eine Gefahr. Ja, dann schauen wir auf den Meilenstein, den Tesla erreicht hat. Es geht um die 4680er-Zelle. Als Erinnerung, beim letzten Earnings Call hat man von der Generation 2 gesprochen, bei den 4680er-Zellen, die sogenannte Cybercell und die hat nochmal 10% mehr Energiedichte. Wenn du dir das unten anschaust von TroyTestlike, das bedeutet von 229 Wattstunden pro Kilogramm auf 252. Jetzt ist man immer noch entfernt von den 262, die eben mal die Panasonic C2170er-Zellen haben, aber man ist nicht mehr weit entfernt. Das heißt, alleine jetzt nur noch eine Verbesserung um 10% würde bedeuten, die Energiedichte wäre dann schon besser als Panasonic. Und auch wenn wir diese ganze Produktion und die Versprechungen zu Recht kritisieren können, dass man natürlich hier groß was vorhatte, aber irgendwie noch nicht so schnell auf dem Weg dahin ist, muss man sagen, Tesla macht einfach weiter. Auch wenn man vielleicht noch nicht da ist, wo man sein möchte. Wenn wir das jetzt einfach mal ummünzen, was bedeutet das denn für die Produktion? Für die Produktion bedeutet das, dass diese Anzahl der Zellen, die jetzt produziert worden sind, in den letzten 117 Tagen seit dem letzten Update, das würde reichen für 446 Cybertrucks pro Woche, nicht pro Monat. Und das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Wenn man jetzt also weiter das ansteigen lässt, könnte man die gesamte Produktion, und das ist jetzt ja nur die Produktion in Austin, Texas, entsprechend für den Cybertruck benutzen. Und das ist doch schon mal ein sehr gutes Resultat. Ich hatte ja auch bereits vor einigen Monaten gesagt, wartet mal ab, vielleicht ist es sogar besser, dass man das erst alles in Amerika macht und dann kommt man mit genau dieser Energiedichte nach Europa, baut diese Produktion auf, hat entsprechend die Energiedichte aus all diesen Produktionsverfahren in Amerika und kann sofort eben halt dann damit loslegen und hier in Grünheide die Produktion der 4680er Zelle entsprechend vorantreiben. Und mit den Aufnahmen hier von Tobias Linn sehen wir, da wird ja noch viel passieren. Wir haben links die Fabrik, also geradeaus erst mal die Autofabrik und links ja auch die Fabrik für die Batterieproduktion. Und da ist ja viel geplant. Nur kann man natürlich jetzt hier auch eine Testproduktion machen, hat aber nicht genug Personal. Somit würde man das jetzt eben halt dann später machen, wenn man dieses spezifische Personal mit dem Fachwissen, welches für solch eine Verbesserung der Technik bei der Batterie nötig ist, in Orsten genutzt hat, dann kann man entsprechend hier auch in Europa endlich loslegen. Und wann das passiert, wenn es so weitergeht, könnte das ja dann endlich in 2024 der Fall sein. Dieses Jahr erwarte ich da jetzt nicht mehr viel. Aber wenn diese Verbesserungen weitergehen und man sogar über den Panasonic-Standard ist bei der Energiedichte, ich glaube, dass es dann sehr zeitnah auch hier in Europa losgeht. Das wäre sehr wichtig für den Standort Europa. Und was auch interessant ist, ist, dass ja Tesla vor kurzem ein Unternehmen gekauft hatte. Wenn ihr euch noch erinnert, es ging um kontaktloses Laden. Jetzt hat man wohl das Unternehmen wie Ferion wieder verkauft. Was man aber gemacht hat, man hat sich die 100 Besten, beziehungsweise man hat sich die Entwickler genommen. Also man kauft ja ein Unternehmen und man nimmt sich vielleicht auch die Technik einfach, das Wissen da raus. Und jetzt soll es wohl wieder so weit sein, dass man das Unternehmen verkauft. Man nimmt sich aber das Wissen, aber auch einige Mitarbeiter mit. Und dieses Thema kontaktlose Laden könnte also tatsächlich etwas sein, an dem Tesla weiter arbeitet. Warum ist das so wichtig? Vor allem für das Thema autonomes Fahren in einigen Jahren. Die Autos müssten einfach nur noch auf etwas drauf fahren und es fängt das kontaktlose Laden an. Wir haben jetzt oft darüber gesprochen, dass es einfach nicht effizient ist, dass es viele Ladeverluste gibt. Vielleicht arbeitet man daran, das noch zu verbessern. Es wird sicherlich nicht an einen Supercharger rankommen. Aber es wird für die Robo-Taxis einfach nötig sein und besser als dieser Roboterarm sein, der vor vielen, vielen Jahren mal vorgestellt worden ist als Testprodukt. Also es bleibt mal wieder spannend, was da entwickelt wird im Hintergrund. Wenn du neu dabei bist, lass gerne ein Abo da und wir hören uns hoffentlich morgen wieder hier zu einer weiteren Episode rund um das Thema Tesla. Mach's gut, bis dann und tschüss.